Okay, wir drehen das Rad jetzt mal in die Zukunft, stellen uns einfach vor, in, sagen wir, fünf Jahren haben wir den bundesweiten Volksentscheid. Was wäre das Thema, was du als allererstes mit einem bundesweiten Volksbegehren auf die Agenda setzen würdest? Ich glaube, ich würde zuallererst eine Initiative starten zum Schutz der Demokratie vor dem großen Geld. Verbot von großen Unternehmensspenden, ganz klare Beschränkungen für Lobbyaktivitäten, volle Transparenz für alles, was in dem Bereich passiert. Ich habe wirklich Angst um die Demokratie durch die unterschiedliche Einflussnahme. Wer viel Geld hat, nimmt viel Einfluss. Wer wenig Geld zusammenbringt, kann nur wenig Einfluss nehmen. Die Gleichheit der Wahl gilt nicht mehr unter diesen Bedingungen und das ist wirklich gefährlich. Die Gleichheit der Wahl gilt nicht mehr unter diesen Bedingungen und das ist wirklich gefährlich.